die dhv news vom 24 september 2021 showdown wird deutschland die legalisierung wählen herzlich willkommen bei den dhv news wir drehen mal wieder schon am mittwoch der hinweis wie üblich wenn wir etwas früher drehen falls irgendwo noch legalisiert wird auf der welt am donnerstag oder freitag ist das nicht in diesen news drin weil das jetzt in meiner realität noch nicht passiert ist ich bin nämlich todesloss überbeschäftigt und furchtbar hier und da noch am arbeiten unter anderem bin ich heute abend noch nach dem dreh hier auf dem weg nach gosla zu einem verkehrsgerichtstag also eine kleine ausgabe des verkehrsgerichtstag als hybrid mini veranstaltung online und persönlich und so weiter um da den versammelten fachleuten noch mal klar zu machen dass die aktuellen regelungen zu cannabis und führerschein nichts mit verkehrssicherheit zu tun haben sondern diskriminierung sind von cannabis konsumenten also in wichtiger mission unterwegs am donnerstag und auch was die bundestagswahl angeht sind wir natürlich bis zur letzten minute beschäftigt ja übrigens haben wir unsere ausschreibung ja auch noch auf der seite online ja wir haben uns noch nicht entschieden wir haben noch niemand rausgesucht da können ruhig noch ein paar bewerbungen reinkommen ja auch das trägt natürlich dazu bei zu einer fürchterlichen überarbeitung von georg ja sehr berufslegalisierer beim handverband werden will kann noch mal gucken was wir da gerade ausschreiben findet ihr auf unserer seite zurück zum wahlkampf wir sind bis zur letzten minute aktiv um deutschland klar zu machen es ist zeit für legalisierung ihr habt hier mitgekriegt was wir in den letzten wochen und monaten alles gemacht haben letzten freitag mitten in der tiefsten nacht im dunklen berlin ist zum beispiel ein team ausgeschwärmt um zum ersten mal greenpeace mäßig zu beamen ja ihr kennt das vielleicht aus den medien dass greenpeace an einen atomkraftwerk meiler dran beamt stoppt atomkraft oder so und sowas haben wir auch jetzt mal ausprobiert so ein bisschen ja muss man sich ein bisschen rantasten an das ganze wenn man nicht irre viel geld dafür ausgeben will jedenfalls und waren dann da an der spd zentrale also ich nicht aber ich kenne die leute die da waren ja geheime sache und wir haben ganz konkret den herrn scholz genommen sozusagen angesprochen leider ist die spd zentrale nicht wahnsinnig gut geeignet von der fassade her ja aber unsere message und da kommen wir jetzt zu den ersten bildern ja wir haben eine tierische bildershow jetzt gerade fast dia show mäßig immer wenn ich so mache ja dann kommt neues dia okay so also wir haben nämlich ein eine werbung genommen von herrn scholz die zeigen wir euch jetzt mal wie die ursprünglich aussah nämlich scholz mit einem stimmzettel in der hand spd logo und daneben soziale politik für dich und die ansatz aussage jetzt sichere arbeit und klimaschutz wählen scholz packt das an das haben wir genommen ihm statt dem wahlzell eine tüte in die hand gedrückt das spd logo durch unser zeit für legalisierung ersetzt und die aufforderung dran geschrieben scholz packt das an das war das zweite bild übrigens jetzt habe ich vergessen die hand hochzuheben das war im prinzip das bild was wir auch einzeln so noch mal gepostet haben aber auch an die spd zentrale gebeamt haben vielleicht mal kurz wie das dann aussah ja also an der spd zentrale leider die schrift nicht ganz genau zu lesen aber die haben bestimmt mitgekriegt was wir da machen schönes gespräch mit der polizei hat es vor ort noch gegeben ja die kollegen waren nicht illegal unterwegs war schon okay kein problem und wir haben noch andere bilder produziert ja die sind schöner geworden auch schön mit berlin flair das jetzt das nächste dia bitte spd unser logo unser handverband logo nicht spd logo und zeit für legalisierung schön am hoch raus am großen hotel am alexanderplatz mit fernsehturm im hintergrund und so ja super sache und wegen dieser geschichte haben ein paar leute gedacht in den sozialen medien ein paar kommentare gesehen und so ja die gesagt haben warum macht jetzt werbung für scholz und für die spd und so mit denen passiert doch gar nichts es gibt doch viel bessere legaliser parteien was macht ihr denn da ja also da wundert man sich ein bisschen ja als wenn wir jetzt werbung machen für scholz mit einem programmpunkt ja cannabis legalisieren denn weder scholz will ja noch der im spd programm drin steht dass sie cannabis legalisieren wollen natürlich nicht ja ist auch keine spd werbung wenn man aus einer spd werbung das spd logo entfernt ja das ist nicht im sinne der spd irgendwer sogar gefragt ob die uns bezahlt haben dafür ja haben sie nicht ja also greenpeace wird auch übrigens nicht dafür bezahlt wenn die an eine atomkraft dran beamen stoppt atomkraft oder so also nix werbung sondern eine aufforderung an denen man der doch nach den umfragen mit einiger wahrscheinlichkeit kanzler werden wird und zu tun haben wird im besten fall mit mehreren koalitionspartnern die am tisch sitzen und sagen wir wollen cannabis legalisieren nämlich grüne linke fdp die kommen alle in verschiedenen zusammenstellungen sozusagen für eine zukünftige koalition in frage und wir fordern scholz halt auf denen nicht im weg zu stehen ja das vielleicht dann auch zu seinem thema zu machen und das ganze thema zu erledigen die ganzen probleme mit dem schwarzmarkt zu erledigen und cannabis zu legalisieren aber natürlich sollt ihr nicht spd wählen deswegen ja klare sache dann kam der aktionstag am samstag da haben dann in etlichen deutschen städten da kommt jetzt das nächste dio oder mehrere paar bilder ja die haben da demos gemacht infostände viele die hervorragsgruppen dabei und die hatten gute stimmung ja auch wenn keine menschen massen aufgeschlagen sind das nach wie vor corona mäßig einerseits und angst vor repression andererseits die leute haben immer noch angst um an dem wo zu gehen jedenfalls stimmung war gut wetter war gut paar zeitungsartikel hat es gegeben also aktionstag war am samstag dann aber montag unser letztes video veröffentlicht in der reihe die wir hier zur wahl gemacht haben mit dem wahl aufruf und auch das werden wir jetzt noch mal bewerben werbung übrigens plakate hingen jetzt auch noch diese woche von der reihe die wir auch schon vorgestellt haben und online eben läuft die werbung bis samstag auf facebook auf youtube so weit die uns lassen muss man auch sagen ja wir haben das ständig ärger dass die irgendwie sagen ihr wollt ja drogen verkaufen ja wenn wir da die videos bewerben dass man wählen soll und warum legalisierung sinnvoll ist dann denken die mehr drogen verkaufen schalten die werbung ab ja da muss man tausend mal auf einspruch klicken ja und irgendwann sagen ja okay ja dann läuft das wieder eine weile bis die wieder sagen ihr wollt werbung verkaufen also irgendwie nach wie vor haben wir ärger mit algorithmen ja naja auf jeden fall da läuft es auch noch weiter und trotz gibt es den stress auch noch erhebliche reichweite dann haben wir noch eine letzte anzeige geschaltet einer politischen zeitung nämlich die hier wir kommunalen magazin der jungen bürgermeister innen ja spd-nahe zeitung von kommunalpolitikern von jungen kommunalpolitikern bürgermeistern und so also multiplikatoren in ihrer stadt hier an einem artikel digitales recruiting im öffentlichen dienst ja voll hippes thema auch irgendwie und unsere anzeige zeit für legalisierung genug gezögert ja unsere message an die spd das wieder eine aufforderung keine werbung für die spd sondern aufforderung dass sie aufhören sollen mit zögern ja falls jetzt irgendwer nicht versteht es ist keine wahlwerbung ja gut ja und auch ihr habt natürlich bis zuletzt jetzt die wahlkreis kandidaten angeschrieben über unsere seite deren postfächer gefüllt mit der forderung und der ansage zeit für legalisierung ich denke auch das ist angekommen unser ziel war es kann bis zum wahlkampf thema zu machen und ich glaube das ist auch ganz gut gelaufen wir haben zig presse artikel gehabt die es genau so geschrieben haben im prinzip cannabis wahlkampf thema und auch diese woche wieder beim rnd noch mal cannabis und die bundestagswahl dreht sich da was und da ist auch ein schöner satz zu lesen der deutsche handverband die wichtigste und professionell nüchtern im politischen vorfeld agierende lobbygruppe der cannabis freunde fragt jährlich die stimmung in der bevölkerung ab und so weiter und so fort also wir haben unsere rolle gespielt bei der ganzen geschichte bis zur wahl und jetzt ist das wochenende gekommen auf dass wir das ganze jahr uns vorbereitet haben auf das wir hingearbeitet haben super spannend wie das jetzt weitergeht was sonntagabend für hochrechnungen kommen wer die war gewinnt wer welche anteile hat und am ende wer über eine koalition dann redet und was für handfreunde dabei rauskommt da geht die mission an der stelle dann bei uns natürlich wieder weiter sobald wir da eine koalition haben weil ja klar ist ja okay die reden natürlich über cannabis da passiert jetzt was sind wir natürlich auch wieder dabei aber jetzt bleibt es erstmal spannend für sonntag was da passiert also geht wählen ja wichtigste message noch mal geht wählen geht da hin lasst euch da nicht von wegen diesen alle doof oder habt an der und der partei die zwei legalisierungen will noch was auszusetzen keine ahnung ja das ist politik ihr wählt das kleinste übel ja das ist im prinzip immer der punkt und wenn ihr noch nicht wisst wen ihr da wählen sollt und cannabis für euch eine rolle spielt guckt noch mal in unseren wahlcheck rein wir haben das genau auseinander gedröselt was haben die parteien für programme was steht da drin was haben die gemacht wir haben noch mal nachgefragt nach bestimmten themen die nicht in dem programm stehen zum teil guckt euch das an und noch mal das ist keine werbung für parteien schon gar nicht irgendwie so nach persönlicher lust und laune ja wir haben schon leute von mindestens vier verschiedenen parteien im dhv team gehabt die ja bei uns mitgearbeitet haben die persönliche präferenz ist vollkommen egal bei diesen wahl analysen seht ihr wie wir zu den ergebnissen kommen welche parteien wir empfehlen welche nicht meistens sind es insbesondere link und grüne manchmal ein bisschen abstand fdp auch meistens wollen die auch die legalisierung nach dem wo man hinguckt und bei der spd wird es dann schon schwierig ja die spd taugt eigentlich nur als bessere variante als laschet als koalitionspartner für die gleiche parteien ja weil die sich halt offen in alle richtungen zeigen aber nicht so richtig irgendwo hin wollen oder so naja aber wie wir darauf kommen auch in dem fall ja guckt es euch an wir haben das alles haargenau aufgeschrieben und am ende steht dann auch immer noch mal sagt den parteien eure meinung und dann seid ihr schon wieder dran ja am sonntag nach der wahl montag nächste woche schreibt den parteien noch mal eine e mail und zwar diesmal nicht den direktkandidaten sondern direkt in den parteizentralen auch die e mail adressen findet ihr unter unserem wahlcheck in der wahl analyse ja die ausführliche analyse auf unserer seite jedes mal nicht nur bei der bundestagswahl auch bei den landtagswahlen findet ihr da die e mail adressen der parteizentralen kleinen textvorschläge einsatz macht auch noch mal alle mit ja auch das erhöht das gewicht eurer stimme die ihr abgegeben habt enorm und das gewicht des themas bei den koalitionsverhandlungen vielleicht noch mal kurz vor zur afd ich glaube da muss ich noch mal was zu sagen haben wir jetzt hier ja nicht furchtbar viel darüber geredet ja wir haben über alle möglichen parteien geredet ja cds cdu csu als diejenigen die hauptverantwortlich dafür sind dass immer noch cannabis konsumenten gejagt werden in deutschland und die frage inwieweit die anderen parteien da eine alternative sein können wie gut die alternative ist und so weiter und die afd ist keine alternative ja muss man auch noch mal so auf den punkt zu bringen auch das wird dann immer wieder sind paar leute die sagen ja wieso redet ihr nicht über die afd und so oder wieso macht ihr nicht auch mal werbung für die oder so ja die sind halt nicht für legalisierung die sind für keinerlei reformen und so ähnlich wie cdu csu aber eigentlich denkt man auch da ist ein no brainer ja muss man sich gar nicht groß erklären weil es hat ja viel damit zu tun was wir ja machen mit toleranz mit leben und leben lassen mit konsumieren und andere leute das konsumieren lassen was die wollen solange die niemand anderen stören solange die niemand anderen schaden und so weiter ja sollen leute halt sein wie sie sind und leute sein lassen wie sie sind ist halt nicht der markenkern der afd ja wenn ihr mal überlegt ja bei grünen markenkern umwelt klima klare sache bei linken spd soziales irgendwie fdp wirtschaft ja überall klare sache was ist der markenkern der afd überlegt mal ja bestimmt nicht toleranz für anders liebende anders geborene anders denkende und anders konsumierende von daher eigentlich eine klare sache die partei hat mit toleranz nichts zu tun ja also das gegenteil von toleranz im prinzip ist der markenkern der afd von daher passt das zum programm auch dass da nicht viel passiert bei denen in sachen cannabis legalisierung und da ist jetzt tatsächlich doch mal ein bisschen vielleicht auch meinung durchgekommen ja aber es deckt sich im prinzip auch da an der stelle mit den fakten die afd hat nichts mit legalisierung am hut auch nicht mit cannabis als medizin habe ich diese woche auf facebook noch mal ein hinweis gesehen von wegen die haben doch auch mal einen antrag zu cannabis als medizin gestellt warum erwähnt ihr den nicht ja der war gegen cannabis als medizin ja auch wenn das nicht so explizit gesagt wurde die wollten das cannabis als medizingesetz abschaffen in den normalen pharmakalon quasi eingruppieren und so normale forschung verlangen von den firmen die es aber eben nicht gibt ja also da ja auch nicht zu erwarten ist in nächster zeit und das würde bedeuten dass den meisten patienten die es jetzt schon haben cannabis entzogen wird und nicht viele mehr welche wieder etwas dazu kriegen ja wahrscheinlich nur noch leute mit mit multiple skerose und schmerzen cannabis bekommen weil da ist auch offiziell zugelassen alle anderen würden ihre medikation verlieren ja wenn die afd sich da durchsetzen würde also vergesst die afd und auch die videos könnt ihr euch noch mal angucken wenn ihr nicht sicher seid wir haben ja hier von linken grünen fdp und spd die drogenpolitischen sprecher im interview gehabt und auch da kam über das werbung jetzt ja ich muss den herrn heidenblut interviewen von von der spd macht wer jetzt werbung für die spd wir informieren euch was diese leute sagen wie die ticken was die parteien so vorhaben guckt euch das an und macht euch eine eigene meinung kennst du das auch du bekommst immer wieder schlechtes gras gar kein gras oder sogar gestrecktes bei einer legalisierung könntest du jetzt in ein schönes geschäft gehen dich beraten lassen und dir eine sorte aussuchen oder gleich im garten selbst anbauen quasi bio du hast den schwarzmarkt und die probleme satt und willst endlich legales gras wir kämpfen dafür und brauchen dich hilf jetzt mit deiner spende oder mitgliedschaft und mach mit uns legalisierung möglich für nur fünf euro pro monat schluss mit krimi cannabis normal einfach online anmelden unter www.handverband.de slash unterstützen link in der infobox und da komme ich an der stelle jetzt noch mal kurz auf die landtagswahlen zu sprechen die auch am sonntag stattfinden die ist ein bisschen unterm radar sozusagen weil die bundestagswahl natürlich in medien alles überschattet aber in berlin wird das abgeordnetenhaus gewählt also der landtag des stadtstaates und der landtag in meckpomm und auch dazu gibt es eine wahanalyse auf unserer seite findet ihr auf www.handverband.de slash wahlcheck berlin 21 ist glaube ich das eine naja egal findet ihr auf jeden fall da ja auch die nachricht dazu die ist auf der seite kommt ja auch auf der startseite ganz leicht hin ja da können auch nochmal gucken wie haben die sich da geäußert was steht in dem programm und welche unterschiede gibt es da ich sage ja immer wieder die parteien sind nicht überall gleich landesverbände sind unterschiedlich personen sind unterschiedlich zeigt sich hier auch wieder kurz zu berlin da sehen wir eigentlich eine bedenkliche entwicklung der spd die spd in berlin war nämlich eigentlich einer der ersten landesverbände der spd die die legalisierung beschlossen haben klar gesagt haben wir streben den legalen regulierten verkauf von cannabis an in einem positionspapier der partei 2018 und das steht leider im programm nicht mehr drin und man merkt eben auch dass die ganze spd sich da so ein bisschen gefaisiert ja in berlin die spitzenkandidatin kennt ihr noch da war sie mal noch ministerin im bund mit einem doktortitel jetzt ist die kandidatin der spd in berlin ohne doktortitel und will im prinzip sich so ein bisschen abwenden von dieser links koalition r2g also rot rot grün spd linke grüne und sich ins bürgerliche lager verabschieden ja wäre eine katastrophe wenn jetzt in berlin die spd auf einmal mit der cdu zusammen geht weil die sind extrem repressiv noch viel schlimmer als auf bundesebene die haben zum beispiel gesagt sie wollen die geringe menge bis zu der die strafverfahren eingestellt werden können sollen in berlin auch werden ja bis zehn gramm und bis 15 können egal die cdu berlin sagt sie will diese menge auf fünf gramm runterschrauben ja wobei überall sonst die konservativen länder cdu regierte länder haben sechs gramm ja und die cdu berlin wir sind total wir sind super krass repressiv jetzt fünf gramm ja nicht nur sechs und fühlen sich dabei irgendwie unheimlich toll keine ahnung auf jeden fall ist die cdu die einzige partei in berlin inklusive afd übrigens an der stelle die noch eine stärkere repression haben will mehr polizeieinsätze härtere regeln die die toleranzgrenze noch weiter runter schrauben ja das ist bei der afd nicht der fall die afd hat uns sogar auf nachfrage geantwortet sie könnte sich vorstellen dieses ordnungswidrigkeiten modell beim besitz von cannabis ja um das hier auch mal zu erwähnen für die ganzen afd fans die meinen wir würden sowas nicht erwähnen ja davon abgesehen wollen die aber auch weiter nix und wollen weiter cannabis konsumenten jagen beide sind nicht wählbar ich wollte nur erwähnen die cdu in berlin ist besonders krass repressiv im vergleich zur bundesebene die fdp umgekehrt ja die fdp in berlin ist programmatisch viel weiter als der bundesverband ich habe ja hier mal eine titel story gemacht dass die fdp beim bundesparteitag nicht alle drogenkonsumenten entkriminalisieren wollte da gab es einen antrag da gab es eine mehrheit dann kam die geschäftsführung an hat es zurückgeholt riesen skandal und so weiter also die fdp auf bundesebene will nicht alle drogenkonsumenten entkriminalisieren mit geringen mengen und so wie bei cannabis bis die strafverfahren eingestellt werden sollen und die fdp berlin sagt sogar sie wollen alle drogen letztendlich legal verfügbar machen und regulieren in dem fall über was haben sie gesagt regulierte staatliche abgabestellen oder so also jetzt nicht kommerz oder so aber immerhin jedenfalls die legaler zugang ja legal abgabe weit voraus der bundesfdp bei cannabis sagen die explizit sie wollen kommerziellen verkauf ja um sich da maximal von den linken abzusetzen wahrscheinlich dieses dieses b-word kommerziell benutzen als wirtschaftspartei während die in berlin wiederum sagen sie wollen ausschließlich nicht kommerzielle abgabemodelle für illegale drogen also auch für cannabis ja wo auf bundesebene die uns geantwortet haben sie natürlich in ausnahmefällen irgendwie so ein paar fachgeschäfte wird es schon geben irgendwie haben sie dann irgendwann mal in den wahlprüfstein dann doch rausgucken lassen auf bundesebene sagen die berliner aber nichts von die sagen einfach nur nicht kommerziell fertig ja also gibt keine privaten fachgeschäfte ist aber für berlin wurscht ja sowieso ein bundesthema in berlin sind beide gut wie üblich grüne und linke als wesentliche treiber der drogenputschen reform in dieser koalition rot rot grün und zuletzt zu dieser koalition selbst noch mal eben rot rot grün relativ ungewöhnliche koalition in deutschland und sehr reformorientiert nicht nur was verkehr angeht und so weiter sondern auch bei drogenpolitik die haben zwei große projekte beschlossen die leider bis zum wahltag jetzt nicht umgesetzt sind einmal ein cannabis modellprojekt cannabis abgabe haben wir auch schon oft berichtet hierüber wurde abgelehnt vom bfam wie so manche manche andere projekte auch bundesinstitut für arzneimittel aber berlin ist die erste stadt die geklagt hat das hat rot rot grün angesagt wir haben geld bereitgestellt entweder für das projekt um es durchzuziehen oder für den rechtsstreit und sie packen es an und machen das tatsächlich also da läuft ein gerichtsverfahren so weit hat es noch kein land getrieben sozusagen also in der stelle muss man sagen okay da konnten selbst nichts für ja und haben sie durchgezogen so weit es ging plus da punkt nach oben daumen nach oben plus punkt ja klar und der andere teil ist drug checking auch sehr fortschrittlicher beschluss berlin will drug checking einführen also konsumenten die möglichkeit geben illegalisierte substanzen da testen zu lassen zu gucken welche verunreinigungen sind da drin welche anderen drogen sind da möglicherweise reingemischt vieles ist auch in gang gesetzt worden ist es sind leute eingestellt worden eine lizenz wurde vergeben wer das jetzt machen soll und so wer die entgegennehmen soll die substanzen aber bis heute hat es keine einzige probe gegeben ja weil da noch irgendwelches letztes personal eingestellt werden muss oder wart ewig lang hat die gesundheitssanatorien dann irgendwann nicht unterschrieben spd verantwortung spd gesundheitssanatorium so ähnlich heißt das hier in berlin also zögerlich aber immerhin vorwärts gemacht von daher würde ich dafür plädieren rot rot grün in berlin da noch eine zweite chance zu geben diese projekte zu finalisieren und ein bisschen mehr grün und links würde der koalition gut tun und ein bisschen weniger spd fd programmatisch gut habe ich eben gesagt aber die haben wenig gemacht die haben wenig anträge gestellt im parlament ja gucken wir auch noch drauf ja nicht nur ein bombastisches programm aber keine einzigen antrag stellen zum thema ist halt auch ein bisschen mau diese ganzen details findet ihr in der wahlanalyse meckpommen mache ich jetzt deutlich kürzer und gehe nur noch auf die spd ein ja auch da grüne linke fdp so weit so gut kann man wählen spd erstaunt aber mit einer viel repressiveren stellung als auf bundesebene die bundesebene der spd hat ja nicht die legalisierung beschlossen aber doch einen deutlichen schritt in die richtige richtung gemacht mit den modellprojekten mit der entkriminalisierung der konsumenten wenigstens und so vorher waren die ja voll auf dem trip zu sagen alles gut wie es ist ja müssen wir nichts ändern immerhin den schritt haben sie gemacht aber nicht in meckpommen ja in mecklenburg vortbommern ist die spd immer noch alte schule findet modellprojekte zur cannabis abgabe nicht sinnvoll will hat nicht anpacken thema die wollen drug checking nicht ja weil sie sagen drug checking wäre eine faktische freigabe von illegalen drogen was völliger blödsinn ist ja da merkt man auch die haben auch fachlich überhaupt keine ahnung von dem thema und sie halten auch thc grenzwerte im straßenverkehr nicht für sinnvoll wo man sich dann wirklich fragt so was ist denn da los bei denen also in meckpommen nicht die spd wählen auf keinen fall details guckt euch auf unserer seite an so das war's bis auf die termine sonntag 26 september bundestagswahl geht dahin ja falls ihr nicht schon brief gewählt habt oldenburg am gleichen trag online treffen der ortsgruppe 17 uhr ich denke die machen public viewing da nehme ich mal an ja sonst kann sich ja keiner konzentrieren auf irgendwelche andere arbeit wie die wahlergebnisse nur auffallen dann haben wir dienstags 28 hamburg oldenburg trifft sich auch die ortsgruppe am 28 28 september dienstags ein hybrides live treffen machen die da dann gibt es einen online hanftisch hanfverband rhein-neckar die auch dienstag 28 eine demo haben wir noch in stuttgart traditionell mittlerweile schöne grüße an die stuttgarter aktivisten die machen ihre demo nämlich immer zum tag der deutschen breitheit am dritten oktober stuttgart infos auf unserer homepage und braunschweig zuletzt dienstag 5 oktober treffen ausgruppe so das war's geht zur wahl wählt die richtigen parteien schreibt denen nachher eure meinung abonniert diesen kanal liked dieses video drückt die glocke beim abonnieren und dann sehen wir uns nach der wahl wieder in einem neuen lebensabschnitt von dem deutschland und ich wünsche euch noch einen schönen tag und einen beruhsam abend bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020